Hey Leute, mein Name ist Thierry Tief von der Battle League BLNN und es ist heute mal am Arden Champ. Auf die Wart. Ich werde meinen Titel verteilen. Ich mache gleich eine tolle Finale und das geht um den Titel. Als in den Halbfinale rauskommen sind die Vinci und Mellow. Sie haben den besten Rookies Match immer bisschen harte und das geht nicht mit dem Rookies Match. Mit dem geht es um den Titel. Ja, das heißt den Titel. Manche auf der BLNNN, einen intelligenten MC gehen. Nein, frischen MC. Es ist gespannt, ob sie die Lichtung vom Rookie hinein kann toppen. Sie muss in den Toppen und geht um den Dengen, den neuen Champ. 21.10. Damit sie ein neues Pieps. Ich war mir so weit weg wie zufällst, mir sie den Bumerang weil ich komme zurück. Ey Fischi, was bist du so? Mach sie noch mal wie dein Kollege weil ich schmeiß den Hunderts Ding im Ritt. Ich wünsch der Papa als Singer-Pütin und es ist mies, guck ihn. Du brauchst Swagger, Macapella. Werden sie ganz bestimmt mit Beats aufstehen. Wenn der Ding mal im Kriegs, will ich Kriegsprobs gehen. Ohhhhhhhh!!! Samstag, den 21. Oktober am Rock eigens, animiert von DJ DirtyE. 19-hour Keys, 22-hour show. A show from Xena is BATTLE LEAGUE